Und damit herzlich Willkommen zu einem neuen Video! Wir haben vorhin schon Bayern München aufgenommen gegen den Berg BVB Und jetzt spielen wir das Rückrundenspiel Schauen ob sie wieder so schlecht sind Wow! Okay, jetzt mal ehrlich Jetzt würde 6 oder 7, ich glaube 7-0 eher 7-0 für BVB stehen Würde ich das normale FIFA spielen Dann wird jetzt oben das neue Resultat 1-0 Inklusive das Rückrunden Also das Wie sagt man dem? Gut! Das Vorrunden Resultat Und äh, ja Oh nein Thomas Müller Thomas Müller In Fluss BVB-ALE Door Allee 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 A Mons FCB Allee Um Natürlich auch wieder diese gleichen Challenge Daumen hoch, wenn ich gewinne, Daumen runter, wenn die anderen gewinnen. Alter, wie er der nicht gehalten hat. Das wäre ein sicherer, haltbarer Schuss gewesen, Digi. Für den ist es nur ein Pass. Verdammte Scheiße. Und die machen noch fast ein eigenes Tor. Ich kann es nicht glauben. Ich weiss nicht wo spielen, ich weiss nicht wo. Ich will endlich den Fallrückzieher schaffen. Hm. Gib mir mal einen Tipp, wie man diese Fallrückzieher schafft. Das ist Robert Lewandowski. Bayern haben uns weggegeben. The other on the ball. And he's broken three. Can he beat the goalkeeper? Walla Pratant 2 zu 0. Und es wäre jetzt 8 zu 0. Und es wäre jetzt 8 zu 0. Nehmt das mir nicht ernst, Bayern-Fans. Ich bin einfach nicht fan. Hey, das ist ein Foul! Und er knackt es über die Touchline. So it will be a throw in here. Leck mich, Homage. Alter, die lassen mich die ganze Zeit um. Marco Reis! Marco Reis! Marco Reis! Higa! Ich lasse dich um, Robert! Alaba, Alaba! Oh! Bander selbst. Waaaaais! Il 하겠습니다! What?! du? Why?! Das war ein tolles Wettbewerb. Und Job mit der V. Delaney. Marco Reis. Kimmich hat gerade besucht. Oh, D. Gar. Und das ist Job zu Beginn mit. Und given away by Lewandowski. The high pressure was on. And the chance is on. Ja, genau, Digga. Hey, das ist das Gewissen. Hey. Hey, du Kleiner. Nur weil so eine rote Pflaume an den Boden fliegt. Alter, Digga. Murensohn. Hier ist Tiago. Pumos. Given away by Bayern Munich. Attended to his defensive choice. Now Mahmoud Dahoud. And a strong tackle. Aua. Schreibt mal rein, was ihr lieber sehen wollt. Ob ihr noch... Irgendwie GTA 5 online wollt sehen. Oder sonst ja... Halt da. Du Urans. Halt da. Du. Oh! Das war! Wow! Hi Bratant, du bist! Es ist 3-0! Hi Bratant, du bist! Ist 3-0! Das war jetzt! Ich glaube, ich raste raus. Ich glaube, ich raste ihn. Los geht's! Der war zu scheißen. Ja, ähm... Ja, gut. Also damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Bye, bye.